Das soll auch weiterhin so bleiben, damit wir ein Druckmittel für den Dorfbewohner haben. Da werde ich ein paar von euch als Aufgabe geben, alle halbe Stunde im Wasserkanister ins Dorf zu bringen, damit einfach die Arbeit sichergestellt ist. Sind die denn wenigstens gefilmt? Natürlich sind die gefilmt. Wie sollen die Dorfbewohner sonst trinken oder waschen oder kochen? Wir müssen höchstens Mühe geben, dass die Bevölkerung weiterhin zu ihren Muttern steht und nicht mit den Einringen sprechen wird. Sprich versucht ein bisschen Propaganda zu betreiben, dass wir die Oberme Hand über die Dorfbewohner behalten. Das ist wirklich die Hauptaufgabe, das ist das Wichtigste. In einer ganzen Weisheit hat Brett Kuhl dabei natürlich übersehen, dass dieses Jahr Wahljahr ist und unsere gläufliche Führung es nicht erlauben kann, dass das Dorf nicht auf unserer Seite ist. Wiederholung. Wir werden dafür alles tun, dass die Bluforversorgungsklinie unterbrochen wird. Da auch mit den Dorfbewohnern sprechen, vielleicht wissen die ja irgendwas, wie die überhaupt hier in unser Land kommen. Kommunikation. Eventuell kommen die mit Helikoptern Luftversorgung. Dafür haben wir allerdings Mittel und Wege, wie wir diese Luftversorgung unterbinden können. Da haben wir Raketenabwehrstellungen, die wir da auch anbringen werden. Hilfe! Sa 식으로 fahren können wir auch immer wieder legen. Auch dort gibt es noch Luther. Das ist alles. Ja nicht. Sie Youtube was nicht dauernd, ich habe nicht dauerhaft gesagt. Weil das ist ein horrifyingeres Geheizforsorgung, nur Menschen zu Die ich sage, diese EU- apparanzistisch ist als erlaubt. wir hier wird nicht geschossen ok verstanden kein stress machen sonst gibt es ein bierstress als sache besser geht nicht oder rauer könnte er sein so machen wir den auch noch drauf puste mal wie neu wie neu bitteschön kommt mal mit zum doch ich möchte wissen was es ist vielleicht was das ist eine ganze nacht geben ich kann uns das tauschen geben was wasser 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 kommt mit zu uns ins camp zu kommen wir was ja bring her bring zur bar sagt ihr bescheid wasser dann kriegt das bitteschön die linke flanke weiter vorrücken oben absichern ich bin getroffen sami 21 21 ok was hat gelernt natürlich ja vorhin schon einmal ok ok haben wir noch einmal schon gemacht hast oh 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 danke oh das fühlt mich wieder richtig gut danke sanni Das ist kein Ding. Da ist keiner gemeldet. Achtung! 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 Hilfe! Achtung! 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 Wir hatten hier Verluste. Wir müssen die Medizin bezahlen, wir müssen die Verbände bezahlen. Wir haben so große Verluste. Und sobald wir Red4 vertrieben haben, gehen wir auf. Die entscheidende Dinger schneiden wir wieder raus. Nein. Ja, positiv. Das bricht die Front da ein. Wie bei Titanic, ne? Rose, verlass mich nicht. Geh weg, das ist mein Brett. Ich kann mein Herz schon sehen. Wir haben zusammen gekämpft. Was ist los? Alles gut. Ist lange her. Wunderbar, ich bin jetzt hier, habe ich mich zur Ruhe gesetzt. Wunderbar, sehr schön. Was ist das? Ich bin jetzt hier. Das war das Beste. Ich war ehrlich. Ich bin jetzt hier. Vielen Dank.